Willkommen zurück zu einer neuen Folge Kunarium. So, ich habe ein Geheimnis entdeckt. Cool. Ähm, die da brauche ich wieder. Oha, ähm, nein, Handschuh. Oh, ernsthaft? Wegen... Wegen den Dingen komme ich nicht weiter. Ist alles weg? Ja. Okay. Ein Ornament mit einer Gravur aus Metall und Sandstein, auf der ein Alter im Zentrum abgebildet wird. Okay. Die sehen ein bisschen seltsam aus. So, das war's schon. Mehr konnte ich hier jetzt ernsthaft nicht machen? Wie komme ich denn dann jetzt, äh, bei dem Ehen da durch? Hier passiert ja auch nix. Nee, bei dem kann ich auch nix machen. Kann ich jetzt hier was machen? Nee, da geht nicht mal der Handschuh. Ich verzweifle gerade. Ich komme hier nicht weiter. Und der Handschuh schlägt auch nicht mehr aus. Wenn ich das wegnehme, geht die Pflanze wieder zu. Ich muss also hier lang. Und der Handschuh schlägt auch nix. Hm. Hm. So, hier passiert auch nichts. Wie bekomme ich das hin? Ich muss irgendwie da rein. Hier gibt es auch nichts. Boah, ich verzweifle gerade. Oh Gott. Bei dem gibt es auch nichts. Oh, Mann. Da war zu. So, hier kann ich auch nichts mehr machen. Hier war schon wieder so ein komisches, dumpfes Geräusch. Ah, sagt mir das doch einer, dass ich das Teil brauche. Na, jetzt wissen wir auch irgendwie immer weiterkomme. Na, jetzt wissen wir auch irgendwie, wie wir weiterkommen. Oh, ich. Schau mal einer an. Oha. Oha. Darauf muss man erstmal kommen. Oha. Okay. Geht mir aus dem Weg. So. Und jetzt? Äh. Äh. Muss ich halt jetzt meinen Kopf reinstecken? Nein. Hallo? Ah. Ähm. Zeichnung. Ich brauche ganz kurz einen Zettel und einen Stift. So. Äh. So. 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 Und so. Da wollen wir doch mal gucken. Ähm. Hä? Das wollte ich jetzt nicht. Äh. So. 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 Nein! Da hin? Da hin? Hä? So, so, so. So, 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 so. Hä, das war doch richtig! Oder so hier. Ne, das kann nur das sein. So, 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 so. Hä? Hä? Äh, was? Hä? Ich verstehe das gerade nicht. Das ist das einzige, was mir angezeigt wird. Aber die glaube ich nicht. Das hat was damit zu tun. Die, die auf die Wand projiziert wurde. Wieso nimmt der das nicht? Äh, jetzt bin ich gerade echt überfragt. Äh, diese Pflanze reagieren, bla 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 bla. Äh, äh, F untersuche. Aber... Ich verstehe das nicht. Und Hinweise gibt es hier auch keine. Gibt es hier irgendwo einen Hinweis? Da unten ist die Sonne abgebildet. Da unten auch, da nicht. Ich denke mal, wir werden das dann in der nächsten Folge herausfinden, äh, was wir hier machen müssen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt uns gespannt. Nächste Tage. Bis dann, bleibt uns.